Alles das mit dem Kreis, das gab es ja auch schon vorher, das kann ich einstellen. Zum Beispiel jetzt Gruselmusik oder Senderwechsel nehme ich jetzt zum Beispiel. Da war ich ja eben. Ich kann Lautstärke ändern, hoch. Na, ein bisschen Musik hier. So, er soll jetzt essen kommen. So, was sie jetzt macht, zu essen rufen, rechnen wir erstmal das ab und dann soll sie das wieder essen. Und können die Sims auch dicker werden oder so? Jetzt sehen wir ja hier. Ja klar können die das. Boah ist sie geil. Richtig sexy. Oh, wie das ist. Man sieht wie die Liebe hier. Die hat sie schon Neues genommen, als er es noch nicht mal fertig gegangen ist. Ich. Warum? 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 Komm, dann soll sie sich noch einen nehmen. Oh ja, man kann das alles decken. Bis es nicht mehr geht. Wie soll fressen? So, jetzt ist sie voll. Fast, fast forward hier. Das heißt sechs Sachen, also sieben Sachen kann man machen. Ja, sieben Sachen. Ja, wenn du wollen Kuchen backen, musst du haben sieben Sachen. Also sechs Sachen in der Warteschlange und eine oder drei, wie ich das sehen kann. Ja, so viele werden halt eben reinpassen. Ja, das ist auch beim Essen so. Was jetzt auch cool ist. Hier, pass mal auf. Äh, ich kann jetzt. Warte mal, warum geht das nicht? Ja, guck dir das mal an. Das funktioniert. Die kommen aneinander vorbei. Stell dir das vor. Ja, aber ich kann zum Beispiel einen Teller nehmen. Ja, einfach nach draußen legen. Wie geht denn das denn? Ich nehme einen Teller und lege ihn nach draußen. So, sie benutzt den gerade. Ich kann den aber jetzt nicht nehmen, weil sie eine Hand hat. Aber wenn der jetzt irgendwie auf dem Tisch liegen würde, unverwendet, ne. Dann kann man den auch wegnehmen. Also alles, was die gerade verwenden, kann man wegnehmen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch einfach den Sitz wegnehmen, ja. Oh, was passiert. Guck mal, steht sie da und steht auf dem Boden. Ja, fette Kuh. So, also. Äh, ja, isst das. So. Ja, die hat das jetzt. Ah, so. So, jetzt ist sie am Essen. Er setzt sich hinzu und... Is Praudetzer. Wer hat dem Essen? Ist geil, ne? Ja. Ist einfach geil. Wo ist sie? Ah, da, okay. Also Sims 4, das... Ja, sie hat da gerade den Teller da und ist denn gerade. Ich könnte ihn jetzt nicht wegnehmen. Ach, nach 8 Stunden ist es verdorben übrigens. Nach, äh, ja. Warte, 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 warte. Die Standardedition von Sims 4 kostet, also kann man ab 34 Euro bekommen. So zur Info. Wir sind nicht hier, um Sachen zu erzählen, was die Leute selber gucken können. Das ist keine Demo. Ja, Leute können unser Video auch... Du bist echt kein Let's Player, kann das sein? Ich bin ein Mensch. Nein, du bist... Ich meine, das bist du. Es soll ein Let's Play sein, keine Talkshow. Über... Wie viel Kuss ist das, Biol? Und... Weißt du, die können Sex haben? Mhm. Oh. Baby machen. Das war einfach. Einfach so, können sie das? Ja. Uiuiuiuiui. Jetzt gucken wir mal, was ist wichtiger? Zocken oder Täschel-Meschel? Beides. Die ist immer noch am Fressen, ne? Und danach noch einen essen. So, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Ja, hier kann man dann natürlich auch die Karriere gucken. Kann man kochen. Und arbeitet die Angelique auch? Die Angelique? Nö, die Angelique ist jetzt unsere Brauer. Der Karl geht arbeiten. So richtig. Aber man kann jetzt mal schon gucken. Er muss mit drei Sims erfolgreich über den Weltraum schwärmen. Oh, so wird lieber gemacht. Oh, wie schön. Baumodus, weg, weg. Oh. Warum hat... Sie fühlen sich gut. Na ja. Ich bin ja so lustig mittlerweile. Na ja. Äh, du willst, dass sie einen Job hat? Ja, eventuell. Das ist... Nö. 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 Sie soll auf seine Kosten leben. Aber... Sie braucht ein Kind. Nochmal. Nochmal. Oijoijoijoijoijoijoijoijoijoijojoijoijoijoijoijij. Warum denn? Jetzt geht's los! Jetzt geht's los... Nu quand. So. und so werden kinder gemacht ja unter der decke wie alles so rumherum ja ja große herz ganz viel liebe müssen wir die sendung erst ab 18 machen ein stich das geht ja um diesen das war ein schraubendreher das war ein schraubendreher oder zieler wie menschen nein das ist kein ziel er zieht ja keine schrauben er dreht schrauben ja aber es wird auch so ja umgangssprachlich und was es ist es sind zwei verschiedene sachen so und jetzt was passiert jetzt jetzt ist sie schwanger glücklich freudig überrascht wegen gutem tischten mechtel guten tischten mechtel ziemlich lecker weil gegessen hat freudig überrascht immer noch so fett oh sie muss pipi machen dann soll sie mal gehen schwangerschaftstest machen 15 siem leon soll sie er ist froh so sie ist glücklich weil sie ein kind ja und jetzt so jetzt geht's richtig los Ich hab aber jetzt, beim ersten Spielgang hatte ich noch gar keine Einbrecher oder so, ne? Ich hatte noch nie Einbrecher. Aiden ist cool, wenn du nicht fürd wirst. Ja? Aber was hat man hier noch? Ich wusste gar nicht, dass man 10 Minuten nach dem Sex schon einen Schwangerschaftstest machen kann. Das funktioniert anscheinend. Oh. Eine brennende Tiki-Bar. Ja, wie wärs mit einer Außenbar? Kann man da so einen Grill bauen und so? Nein. Man kann aber in Kauf. Oh. Und das ist? Nicht das, was ich haben wollte. Einfach so ein... Nee, ich möchte gerne eine Terrasse machen. L-förmige Terrasse. Ah, und Haustiere. Kann man da Haustiere haben? Boah. Das ist immer mit der Made On verbunden, das weißt du schon, ne? Ja. Also... Ja. Eigentlich schon, ja. Ja. Klein, groß, groß, klein, 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 groß. So, und jetzt brauchen wir natürlich auch eine Pforte, die man da auch rein kann. Krass. Die Pforte des Lebens. Und... Was? Und natürlich auch eine gewöhnliche Fieberglastür. Die kostet wahrscheinlich was. Ja, alles kostet. Ja, aber... Nee, das ist die billigste Tür. Oh. Ist im Endeffekt eine Toilettentür. Ja. Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch ein... Ah ja, das ist cool. Ich kann ja malen. Guck mal, ich kann ja malen. Hä, das... Und es kostet nicht mal was. Sind das Blumen oder einfach nur Farbe? Guck mal hier. Es kostet nicht mal was. Hä, das ist doch so für den Weg und so, ne? Nee, das ist... Das ist ein Stein, ne? Ja, ja, aber... Es kostet wirklich nichts. Oh, das kostet nichts. Das ist ja mal cool. Ja, jetzt ist es nur scheiße auch. Ich mag das Spiel. Aber ich weiß schon, wenn ich das Spiel kaufen würde... Warum darfst du mir was kaufen? Zock es einfach. Ja, dann... Warte. Ich kaufe es, spiele es so eine Woche und dann liegt es wieder im Schrank. Ja, das ist dein Problem, ne? Meistens so. Ja, dann höre ich auf. Wo ist der andere? Ah, Computer. Ähm... Öhh... P-p-p-p-p-p-p-p-p-p, p.. Was heißt, am nächsten Morgen musst er schon schaffen? Muss er arbeiten gehen? Keine Ahnung, was ist denn dem Wochentag? kohlegrill karbonette dafür braucht man keine kein feiermelder nein das ist auch draußen kühlschrank auch draußen definitiv und natürlich auch was umzusetzen oberflächen schränke schreibtische hier einen lecker picknick wirklicher camper warum kann ich hier nicht platzieren der überschneidet sich mit objekten mit was überschneidet er sich denn im kühlschrank oder der überschneidet sich überhaupt nicht also nicht sag du mir nicht dass er sich überschneiden tut wenn du jetzt ein größeres grundstück möchtest wie es geht nicht oder nee wieso das hat nie funktioniert okay was habe ich jetzt hier mal so wenn es jetzt nicht passt jetzt geht doch so gut dann legen wir los grillen hamburger kost 40 dollar wecky burger wer ist denn sowas richtig jetzt hat er acht bürger gemacht das ging aber schnell na die pennt und er isst sie jetzt alle ne 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 die riecht das guck mal der sieht auch eingefuttert aus ist die doof ach ja die will sich nebenan stellen ne die dicke ja 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 bla 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 wir haben bürger in der hand und er liegen noch da kein mensch braucht so lange um zu essen doch um einen bürger zu essen ja ich weiß dass du der jacqueline ein bisschen näher bist äh der angelique jacqueline ein bisschen näher bist als andere aber meistens schon aber kannst ja heiraten ja zum karl ich habe schon meine auswahl karl ist unglücklich karl muss pieseln oh was ja es ist zwei Uhr morgens und er hat auch nicht gebannt ja morgen wahrscheinlich und die frisst einfach weiter ja klar es sind noch vier übrig eins zwei drei vier acht oh nein und das rückchen gucken doch so ein Schaumrückchen was oh ja weil du bist ja schmutzig ja du musst duschen gehen oder so oder nein Boden schmutzig weil es da drin stinkt ah ja ok soll sie putzen noch einen übrig noch einen übrig ist weiter komm den schaffst du noch jetzt ist sie glücklich ich hab das jetzt ausgewählt dass ihr das schlafen wirklich selber abgebrochen ja ja es ist nicht wichtiger ne Angelique Longus karl muss zur arbeit aber die müssen selber zur arbeit gehen das habe ich bisher noch nicht herausgefunden sie selber dahin zu schicken mussten selber dahin gehen nein da kommt ein Auto oh der ist zur arbeit weil ja da kommt kein Auto mehr so abholen schade so jetzt so jetzt die ist richtig fett die Ole ey du bist so unhöflich ich kann doch nichts dafür nein das ist noch gut das ist noch gut da kann man noch essen guck mal Grillkäse steht zwar verdorben dabei aber da kann man noch essen jetzt räumst du es weg ok catch fell ok bat als bei sind die die der das am .